Heute haben wir die INC Kids aus Nordrhein-Europa. Wie heute, Time to Draw, fand ich auch gut, dass es nicht nur hier in der Gemeinde stattgefunden hat, sondern wirklich in unserem Bezirk, Nordeuropa. Andere Länder waren mit dabei, beispielsweise wie die Niederlande, Belgien, Österreich. Finde ich gut, dass die kleinen Brüder und Schwestern schon sehen, dass es nicht nur hier die Kirche gibt, sondern wirklich weltweit. Heute wurde ich von uns bei uns und Schwestern gezwungen, zu kommen und machen die Bilder und zum Beispiel bei Time to Draw Live. Ich wollte meine Kinder, weil ich sie sehen, dass wir auch von der Kirche, dass wir auch mit Spaß und Spielern, mit einem Celebrity, die Teil unserer Kirche sind. Das war sehr spannend, das ist das was sie für sie. und ich wollte auch mit ihren Freunden haben. Was ist deine Lieblings-Freiheit heute? Getting to go here. Sie haben mir gesagt, es wäre lustig. Und du hast einen Bart? Ja. Wie geht es in Geneva? Wie geht es in Geneva? Hey, meine Freunde in Geneva! Wie geht es dir? Heute haben wir eine Dessin für den INC. Und wir haben eine Lyon und eine Autriche. Sie sind großartig. Sie sind großartig. Sie sind großartig. Sie sind großartig. Wir haben eine Time-to-Draw-Live. Wir haben eine Zeit-to-Draw-Live. Wir haben eine Zeit-to-Draw-Live. Wir haben eine Zeit-to-Draw-Live. Wir haben die Kinder gerne Zeit-to-Draw-Live. Es ist hier in die Hälfte. Es ist eine sehr gute Erfahrung. Heute, James hat eine Comics-Freiheit-Super-Heroes. Von Transformers zu Wonder Woman. Und sogar The Incredible Hulk. Meine Mutter hat mir erzählt, dass er es für Marvel und Star Wars und Transformers macht. Und ich liebe es, zu drehen. Und ich liebe es, zu drehen. Und ich liebe es. Und ich liebe es. Ich mag es, dass er so gut malen kann. Weil ich liebe es auch malen. Heute liebte ich, wie er erklärte, wie zu drehen. Und das macht es leichter, zu drehen. Ich beginne mit einem Zirkel auf dem Top. Nicht sehr groß, aber sehr klein. Ich will einen kleiner Zirkel. Brüdern und Schwestern, die Jungen, sind halt eigentlich nur noch am Handy oder an irgendwelchen Tablets. Also wirklich non-stop. Und deswegen ist es eigentlich gut, wenn sie zusammensitzen, man malt. Oder man geht beispielsweise raus und schaut sich die Umwelt an und malt dann zusammen. Wie heute haben wir Tiere miteinander gemalt. Und das ist halt sehr gut, dass man was gemeinsam macht und nicht die ganze Zeit nur am Handy. Ich fühle mich sehr glücklich. Und dass er wirklich bekannt ist. Er war auf dem Star Wars Show, den ich habe gesehen. Ich sah ihn. Und er war uns wie zu drehen. Und er war uns wie zu drehen. Wow! Great job! Great job! How about a hand for all our artists? Wonderful job, everybody! Wonderful job!